Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Sons of the Forest. Calvin macht die Tür zu, es zerrt. Mit dabei mit unserem Victim of Games. Moin moin. Es geht weg. Es geht ab. Hau ab. Ihr Birnen. Alles klar bei euch. Geht da einfach nur Fische holen, Junge. Geh Fische holen. Mach ein Fisch, Junge. Wird da eigentlich irgendwann mal wieder normal im Kopf, oder? Ich komm nicht raus, Junge. Du stehst in der Tür. Oh, das darf nicht wahr sein. Ich rede mich hier eine ganze Woche entlang öff. So, da wollen wir mal ein Victim of Games noch ein bisschen mit Stimmen versorgen. Ja, ich würde noch Stuff her schauen hier. Dann würde ich mal sagen, dass wir uns mal wieder ein bisschen auf die Pirsch machen. Wir brauchen mal Rehe, wir brauchen mal ein bisschen Winterjacke mäßig. Bisschen mehr Stuff, Junge. Ich würde auch hier jetzt... Dings von so Flacken, Alter. Was ist denn mit der Dich in Ordnung? Was wollt das da runter? Und die Aldera-Statcher wieder voll das Ballett aus. Siehste mal, da könnte man noch Theoretik noch... Das guckt man doch gleich mal ein. Das so funktioniert. Das ist absolut so. Doch, top. Lö. Ich würde doch nur das Ding hier einsetzen. Nicht draufsetzen, sondern... Ich brauche halbes. Kriege ich denn hier kein halbes? Ist das schon wieder zum Köten? Halbes, ran. Das ist natürlich ein Bier aus. Junge, was ist jetzt los? Wird neblig. Eichhörnchen mach ich weg. Warum hab ich hier grad ein Eichhörnchen getroffen? Warum hat's Quie gemacht oder was? Das sah so komisch aus. Warum kriege ich denn das halbe hier nicht hingesetzt? Was ist denn das für ne Scheiße? Hier geht's wieder. Ich hab da grad nen Feige sehen. Och, wo ist denn der jetzt wieder hin? So, das haben wir schon mal. Jetzt fehlt ja drüben noch so'n blödes Ding. Hörlös. 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 Sind die Stämme jetzt hingerollt? In mein Arsch. Fde. Hörlös. Ach, ist wie so voll auf die Fresse gerischt. Geil. So, also, wie gesagt? Mh, wie gesagt, wie gesagt. Wie gesagt, wie... Ich kann mir da nicht nachf... Ich kann... Der Baum hat uns gedacht, das triggert mich. Ja, Alter, bleib ruhig. Chill deine Base. Hey, was willst denn du jetzt hier? Ich wollte noch sagen, der Baum... Zeig doch mir einen Daumen nach oben. Wollen wir Weihnachtsbaum aufstellen? Klar. Ja. Das sieht richtig bockenschwul aus. Oh. Dieses letzte Teil daran zu kriegen, Gerd, könnte ich vor Bummschiffen. Ist doch sowas von Latte jetzt hier. Hast du auf der anderen Seite was angepflanzt hier? Nee. Gut, lass erstmal... Ich brauch erstmal ja nichts mehr, ja. Was macht der jetzt Walkie-Talkie an? Wie hab ich denn jetzt Walkie-Talkie an? Alter, mach das Walkie-Talkie aus. Wir zerhaut den Schädel, Junge. Oh, danke. Ich... Was ist das von der Scheiße, hab ich mir jetzt gedacht? Was... 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 Oh, näher. Mit dem macht man was mit, Leute. Was... 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 So, naja, ich will die zwei Stämme noch, die da oben liegen, wenn es mal nicht freezed. Ja, ist doch gut jetzt, äh. Wie willst du jetzt noch holen? Na, ich will vielleicht auch mal noch was bauen. Achso. Nö, nichts gibt's. Das müssen wir jetzt noch verbrauchen, ja. Wie baut man so eine Scheiß-Kack-Wand-Fackel? Na, ähm... In Buh ist es drinne. In Buh ist es drinne. Einen Stock und einen Stoff, Junge. Na, und die kann ich dann auch wo hinsetzen, oder was? Na, an der Wand, ja. Nö, höh. Sagst doch klein. Ich hab wohl auch nicht so viel Stoff, Alter. Die übelste Hotcore-Bucke war ja auch hier so... 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 Mach ich das Ding auch so an. Und das Ding kann ich jetzt hier auch wo hinsetzen. Oh... Äh... Ja... Die Fackel, die ich doch vor da hab. Ja... Wie setzt du die hin? So... Was hast denn du jetzt gemacht? Du hast eine Fackel gebaut. Nee, du sollst es nicht bauen. Im Buch! Im Buch müsst ihr die auswählen. Achso... Ich hab doch die Fackel, die du so bauen kannst. Warte mal, gib ich Calvin hier, Junge. Nimm doch nicht. Nimm doch nicht. Ich will mich, dass der die nehmen kann. Da flackigst du eben halt weg. Tschüss. Oh nein! Jetzt isst der einen rohen Fisch! Oh Junge! Der hat das Feuer... Lampe... Standfeuer? Nein! Schädellampe? Oh, Schädellampe ist doch cool. Die Hängelampe ist geil, ja. Stopp! Stopp! Weißt du vor und... n... Arm gegessen? Nö. Du fehlten Arm. Ich brauchst doch keine Arme. Ja, wo ist denn das? Ja, Sticky ist ran. Schädellampe. Das Standfeuer ist das oder was? Nee, das ist einfach... Wandfackel. Bei Möbel. Das ist lila ane. Oh, ich will ja komplett den falschen Modus. Boah. Ich wundere es hier nicht. Möbel... 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 Ah, Wandfackel. Da warst du gerade. Wandfackel. Das ist ja... Dass wir jetzt so lange Ruhe haben, die tun doch auch schon was planen. Was sag ich dir? Schmeih und Duff. Ich bin Duff. Äh, Besuch! Schnell! Weg! Weg, 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 weg! Komm raus! Weg, 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 weg! Hau ab! Komm hier hinterher! Wohin denn? Hier, komm raus! Weg! Was ist denn? Da kommen sechs Mann oder so! Wo wohin? Ach du Scheiße! Na warte. Ich kann auch was... Also mit denen lege ich mich nicht an. Die Klötze noch was mal gebaut haben. Oh, jetzt kommt sie. Tschüss! Bei dem Wetter. Durchs Wasser. Calvin, komm! Wenn die jetzt die Putze zerhauen, raste ich aus! Ne, die gehen weg. Mh, die gehen weg. Die besetzen unsere Haus. Das war's! Enteignet! Ja, schöne! Keine Miete gezahlt! Boah, ist mein Schub trinke! Junge! Ich hab gedacht, ich seh harte! Erb! Jetzt ist er noch rein! Und freilich, da klappt bestimmt das Müsli! Ja, guck mir, dass nicht noch welche von hinten kommen! Ja, guck mir, dass nicht noch welche von hinten kommen! Ja, warte mal, da steht noch einer! Das ist mir scheißegal! Ich mach jetzt! Einer muss in der Putze sein! Kann ich aus der Bute raus machen! Was machen die da? Sitz da jetzt einer! Na, einer kam jetzt aus der Tür raus, aus dem kleinen Haus, der kommt jetzt richtig zu mir. Wollah, 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 wollah. Was ist mit den? Da macht er das Reck kaputt! Na, weil ich, warte, warte, warte. Ab fort, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, komm komm ich auch mithin! War so blöd, dass er klötseln, aber was ist hier? Oh, ich kann ja den nicht schlagen, ja. Warte, Pfeile im Bogen, ha. Ich hau drauf Scheiße Geht jetzt nichts kaputt Ging jetzt nicht anders Ihr fehlt schon wieder was Ja es ging jetzt aber nicht anders Ich muss ja schnell was essen Achso War der schon fertig Ja der innerer war schon fertig Ja aber lass mich erstmal hier noch Gucken was Hat gefehlt Der Putze ist Der oben läuft noch weg Soll ich vertinisieren Sonst sollen wir nicht hart auf die Eier gehen Hier ist keiner drunter Guck mal aus die Welt von grad hier bauen Blöden Affen Wo ist denn eigentlich unser Feuer hin? Boah musst du da immer wieder rein gehen Und hier den Scheiß ist Boah das ist doch schon wieder Black kriegen So gut hier oben ist das warm Das wollen wir erst mal Alter das wollen ich denn jetzt eigentlich machen Ja auch was bauen Ich weiß auch nicht mal was Ist das Dach jetzt komplett fertig? Okay Warte mal da oben läuft noch mal die Hose Gucken was du hier schon schönes machst Mensch ist ja auch richtig nicer Dicer Gö? Oh Scheiße Jetzt baue ich die Packel fertig Und dann hole ich mir den Typ da draußen Der geht mir nämlich langsam ruhig Warte 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 Ich habe Pfeil und Bohren Warte mal Wo ist denn der? Wo ist er denn? Hä mein Bohren ist weg Ja hier ist Der läuft jetzt zum Wasser Warte 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 So Mein Freundchen Lack ich mir Schnell hier so dickfett Energy Nein Ich finde das nämlich ja jetzt nicht mehr lustig Oh da ist da Komm fress fertig Junge Wo ist der? Ach hier unten Hallo Ist er dort? Was machst du? Warum lass du so hässlich? Ja dann schenkst du mir die Pfeile im Kopf Du Noch einer Warte lass ihn mal zu mir kommen Brenn du blödes Vieh Ja dann rennt er zum Wasser Ja krass Geile Taktik Von oben mit den Pfeilen Und dann Ich wollte euch zerhacken Noch schnell Ich hol dir deine Pfeile wieder Ich müsste mal wieder neue machen Das sieht doch schon mal gut aus was wir hier gemacht haben Reicht ja das Dach so Ja ja sehr gut Ach da drüben immer noch einer Der unten am Wasser steht noch einer Warte mal Ich probiere mich jetzt mal anzuschleichen Och jetzt bin ich in meine eigene Falle gelöwen Fuck 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 Ja ist doch gut ich gehe doch schon ins Wasser Ich hab seinen Kopf abgehackt Und die Maske ist aber noch da Junge da kamen die aber diesmal aus einer ganz anderen Ecke Da oben läuft noch einer In den Wald hinauf Wo die steht Ja ich hab gerade Wie hab ich gerade gehört Da drüben auch Da drüben läuft auch ja noch Da springt gerade auf den Baum Ja ich guck mal Ach nicht das die Alka Ich hab schon gedacht Das hab ich schon gedacht Scheiße Da drüben auf der anderen Seite steht auch hier noch Ja sag ich ja Du musst mal ein paar Fackeln aufstellen Du musst mal ein paar Fackeln aufstellen Du hast das Schiff ins Wasser Das ist Schwein Und wir trinken auch wieder Naja Deswegen ist das immer so warm Und geht die Kähne runter Da Ah jetzt sehe ich mich noch Da läuft er Der kleine Verbrecher Das ist aber kein großer Das ist ein normaler glaube ich Ja Der spioniert Ist das Kelvin oder ist das ein anderer Der jetzt gerade hier durchrennt Wie so ein Beklopter Ich lege mich jetzt mal unten hin Würde ich mal sagen oder Ja würde ich alles sagen Weil ich sehe auch schon gar nichts mehr Wird jetzt gerade übel schnell Jetzt hab ein Duster in der Bude Oh nein Wir werden angegriffen Schnell wieder hoch Gorschen was ist jetzt Faser Ja ich hab doch Was bist denn du Und ne Na da hockt hier vor der Dingsbums Der ist tot Bin zwar fast tot Aber Das musste ich jetzt kurz machen Das muss ich hoch Und muss ich nimmer Alter Hm Gestalt unten vor der Tür Da hab ich weggeklatscht Habe ich nicht gesehen Nicht? Nö Und pfeife ich mir mal noch ein Snack rein Ja war schon gerade So Da haben wir noch ein bisschen was davon So frei So Oh Gibt mir mal jetzt ein Pennen können Oh hey Hier sitzen zwei Eischofchen Junge Scheißgeil du jetzt schlau So Auf ein neues Ach Ein Glück Ich will wieder was sehe hier Alter Das ist ja echt Duster Ich sage Wir müssen auch mal ein paar Fackeln aufstellen Ich gucke noch mal Ja warte mal Der Typ liegt immer noch hier Was siehst du ein Fragezeichen Ach nimmt er die Hand Ach ein Frust Ach der ist Das knusper ich an der Hand rum Ja gut war nicht so schlecht Okay Alter es friert schon wieder übelst ein bei mir Junge Hm Sag mal hast du mal irgendwo mal wieder so ein So ein Reh gesehen oder so ein Vieh Hm Schon ein Stück her Na das was durch meine Falle gerannt ist Hm Kevin Ich bin jetzt gar nicht überlegen Da komm ich schon wieder Erinner Ey Oh mal Kevin Wir können dich nicht mehr leiten Bleib draußen Kölner Knochen Wie von den Zeilen haben wir noch Bier Bier Klebebund Ein Zieh in der Jacke aus Holz Okay Das war eigentlich worden Ordentlich intelligent Was wir auch gemacht haben Was ist denn jetzt draußen los? Ähm Ähm Eichern Achso Ich hab das schon gedacht Ich wollte es eigentlich mit aufhängen Achso ist Feuer aus nicht Es ist gar nicht mehr da Ist es weg? Ich hab es zumindest nicht gefunden im Schnee Toll Oh die alte bringt Alu Alu Na klemmst du ja gleich Ich hab es collected Ein Flech Ich hab das scheiß Vieh nur gebracht Kommt gleich wieder Ich geh nochmal hoch in die Basis Ja ich komm mit Guck ob es da noch irgendwas gibt Boah ist schon wieder durch Schon wieder fressen Äh Achja Kommt den Ball nicht schon noch her? Buh 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 Äh Junge Die Zeit geht rum Schon wieder bei folgendem Ende Wo können wir nicht den Kansettenrekorder mitnehmen? Und ne schöne Mucke machen ähm ähm in der Putze? Hahaha Die sind da geht nichts mehr raus Die sind erst mal offen Da ist auch nichts mehr Oh die Schnapsbillen immer noch mit Geht auch nicht auf Oh Medizin immer mitnehmen bei dem Typen Da ist auch nichts Sie müssen die Flerster sein Gut Räuchten mal Ich glaube ich wäre auch mal Die ganzen Flaschen jetzt unten ins Regal stellen Äh Da Paul Calvin Steh nicht sinnlos rum Dass man den eigentlich auch nicht vollpacken kann Mit irgendein was Hm Wer noch schon mitkommt Das stimmt Warte mal ich mach jetzt noch was Gucken wir ob das funktioniert Ach die Flaschen kann ich gar nicht reinstellen Wie geht das? Das ist das Tierhaut Ob das funktioniert Jawohl Die Tierhaut Inventar Bitteschön Was quatschen die? Genau Oh Brustigis Ach hier ist die Zweimal Tierhaut Und ein Stoff ist Tierhautrüstung Okay Also für Kälte und so ein Scheiß Denke ich mal ja Ich denke es ist da manchmal echter Hauptorientiert ein Baum Dabei ist ja Wie du durch die Büsche rammelst Hm ja okay Dann trink wir mal Was wolltest du denn mit den Dingern bauen? Wiss ich noch nicht Ein Regal auf jeden Fall noch Ja Ich habe hier oben noch mal ins Dach noch mal Äh Im Bett gebaut Oh sehr nice Dass wir hier unten noch speichern können Und sowas Das siehst du apropos speichern Sag mal Kann man die eigentlich Auch von außen verriegeln Die Tür Wir mussten Stickie man dann Den mussten wir gucken Das geht Ich habe hier schon wieder Ich doch schon wieder Pläne werden Oh nee Das war falsch Jetzt habe ich auszusehen Ein Feuer in der Tür gebaut Das geht Ich trinkt aus einer grünen Energy-Dose Wenn ich die hochhebe Hast du nicht schon noch würde Da habe ich nichts noch würde Da braucht Braucht er im Winter mehr Essen? Brauchen irgendwie Wie eine andere Nahrungsquelle Oder irgendwas Was schneller geht So Das ist scheiße Immer dieses Gewatte hier Bis das Zeug fertig ist Ja vielleicht Müssen wir es aber In den Raum reinstellen Was sagst du mir? Na das glaube ich Eigentlich eher nicht Minster Ich denke Das wird nichts bringen Ich meine Hängst du dir die Beine auf? Ja Ein bisschen schmackig Legge hier Für Fußfetischisten Genau das Richtige Wir überlegen Oder vielleicht Eventuell Ich wollte das mal Wir sagen Wir speichern jetzt erst mal Und beenden dann unsere Volke Boys Girls Brauchen hier drei Eichernschnurbel in der Bude drinnen Die Hecken da oben Vierer Was ist hier los? Ich habe den Zoo aufgemacht oder was? Ich glaube denen gefällt das hier oben Und guck dir das nochmal an Nee ich brauche es mein Sticky Kommt doch auch schon wo mein Sticky raus? Nee da musst du die größeren Sträucher nehmen Du Birne Das freeze schon wieder schöne Ja so Winterum sind das nicht schließen Ich höre schon wieder was Ich habe es ja gesagt Alter das ist ein ganz komischer Typ Das ist ein ganz komischer Typ Was ist denn das für einer? Ich soll da oben irgendwas sich bewegen Ihhh Was ist denn das für einer? Zeug mal her Zeug mal das Zeugnis Das sind zwei Ach du Scheiße Wohin? Oh Ja hier vorne Die steht hinter dir Tschüss Das sind welche mit Panzer rum Ciao Die sind aber schnell Den hast du abgelenkt Das ist gut Der ist hinter dir Ja das sind welche mit Panzer rum Mit der Mutantenpanzer rum Tod Ersten habe ich weggekillt Ja nächste kommt von oben Zwei ja Noch Nimm mir Als erstes den linken Warte mal Wer kommt jetzt als allererstes? Jetzt greifen wir zusammen an Haben wir immer getroffen So Alter Die tanzen um dich rum So Der ist tot Weiß Ich schau nochmal drauf Tot Da Ja die haben sowieso Mutanten Neue Anleitung Inventar Inventar Zur Verfügung Okay Muss man wieder Feuer machen Ach du Ich bin nur Geil jetzt Ich sehe hier nichts Wie ich ein Feuer Gehen kann Geht mir grad zurück Sag Äh alter Äh jetzt Gefließt Junge Er war jetzt wieder hier gewesen Ach das war da anders Doof Er ist ja manchmal ohne Mist Geh Doch nicht die Fackel Ich wollte ein Sticky Scheiße ich hab keine mehr Ich hab keinen Sticky Ich auch nicht Klasse Ich war da oben um Stickys zu sammeln Alter wir sind schon wieder fast bei einer halben Stunde Ja wenn du keine Pause machen willst Muss ich ja mal gleich mit jedem anlegen Vielen Dank fürs Zuschauen Wir freuen uns wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet Lasst mal ein Däumchen da Äh schönen Tag noch Victim of Games Und der Osti verabschieden sich für heute bei euch Und äh Tschüssi Koffsi bis zum nächsten Mal Ciao ciao Zähnen Lauf Und da muss Ja